Naja, die haben alle Fackeln jetzt. Boah, was für eine Reichweite. Näh. Hi. Wir sind's. Naja, wir kommen nicht runter, ne? Uh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich würde die Horde gerne wieder zurückholen, so zu uns in die Nähe. Falls wir die nochmal brauchen sollten. Wir können ja die Fackeln löschen und die Ratten dann wiederholen. Das da sind wir, oder? Also uns sollten wir nicht fressen. Ne, uns sollten wir nicht fressen. So, geht mal wieder hier rein. Jetzt gehen wir mal Fackeln löschen. Ich hab's Ihnen gezeigt. Ja, aber sei vorsichtig. Ja. Mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. Uh, Moment. Der links hat keinen Helm. Boah, der hat aber einen Helm. So, wie schnell? Können wir hin und her wechseln? Also von Steinschleudern zu Antisondaten mit Fackeln. Ja. Sehe ich die Ratten nicht von hier aus? Moment, Moment, Moment. Ja. Der hat schon wieder entzündet. Das gibt's doch nicht. Was? Ah, okay. Äh, wie? Alles ließ nicht nur letzte Zeilen. Die werfen nach hinten einen Schatten. Kann also den... Uh. 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 Neustart vom Kontrollpunkt. Oh, da müssen wir wieder alle fressen. So, ne. Moment. Ah, ich hab eh schon gehört, dass jemand wach geworden ist. Irgendjemand läuft für uns durchs Haus. Das heißt... Die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen musst du aufpassen. Ich würd sagen... Alles lesen. Hier, Gelegenheit, das zu probieren. Okay, Moment. Wir testen das einmal aus. Wir testen das einmal aus. Ich glaub zwar nicht, dass es funktioniert. Na los. Benutze. Dafür stecken Sie. Ja, ich bringe uns da durch. Nee. Nee. Nee, die fangen an, die Fackeln zu schwenken. Ja, ich bringe uns da durch. Ja, ich bringe uns da durch. Vorsichtig. Geschafft. Ich hab's Ihnen gezeigt. Ja. Aber sei vorsichtig. Ja. Mach. Nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. Ja. Ich würd sagen, war ein schöner Stream bis hierher. Einen wunderschönen guten Abend. Wir spielen wieder Blacktail, den zweiten Teil, in der vierten Folge, also im vierten Stream. Und ich hab noch kein einziges Video geschnitten für YouTube. Ähm. Ja. Ich bin ein bisschen hinterher. Aus dem Grund gab's die letzten Tage auch ein bisschen wenige Streams. So. Gar keine. Aber das ist einfach Hobby, ne. Anderes hat Priorität. Tut mir leid. Ich würd auch gerne mehr streamen, aber es geht leider nicht immer. So. So wie dazu. Wir gehen direkt wieder da rein, um aufgehört haben. Das warst nicht du. Ich weiß aber, es hört nie auf. Und wir sind ja hier stehen geblieben. Mit den Ratten, die wir kontrollieren konnten, oder? Ja. Genau. Und da. Das hat ja letztes Mal nicht ganz so funktioniert, wie wir geplant hatten. Aber wir probieren es einfach noch mal. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir es letztes Mal gemacht haben, weil es schon ein bisschen höher ist. Ganz ruhig. Konzentrier dich. Du bist so schnell! Du kommst nicht auf! Danke für den 100.000. Das ist Hero, unter dem, unter dem, unter dem Silenz. Hero, einen wunderschönen guten Abend. Rattenversäucher. Ja, mittlerweile können wir die Ratten ja ein bisschen befädigen. Aber nicht die Leute fressen, die Fackeln haben. Und vielen, vielen Dank für die 100 Bits natürlich. So, wir gehen aber über die Brücke. Moment, den da kriegen wir. Ja. Den da nicht. Aber ich glaube, den da oben im Haus, den haben wir auch gekriegt. Bestes Mal, oder? Ich glaube ja. Ja. Ja, den kriegen wir. So. Okay, das waren die ohne Fackeln. Aber da oben sind das. Da stiefen auch noch welche rum. So. Den da kriegen wir nicht, der andere Fackel. Aber, den da kriegen wir. Ja, Moment. Da hinten sind auch noch welche. Mal gucken. Mal gucken, ob wir da ankommen. Naja, das ist nicht. Völlig abgenagt. So, wir gehen mal zurück. Geschafft. Ich hab's ihnen gezeigt. Ja. Aber sei vorsichtig. Ja. Mach. Nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. Was? Wo sind die Ratten jetzt eigentlich? Sind die jetzt zurück, oder nicht? Hm. Jetzt sind die weg. Er ist tot. Vorsicht! Ah, wir kriegen wieder Zeugs zum Zacken herstellen. Was ist das? Salpeter. Ähm. Mhm. Oh, da ist auch noch Zeugs. Oh, da unten sind auch noch Ratten. Oh, da unten sind auch noch Ratten. Na, 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 na. Wieso kommt die? Was? Haben wir nicht getressen? Das war das letzte, das ist ja beim letzten Mal haben wir uns getressen. Das ist, das ist, äh, das ist irgendwie, äh, das ist irgendwie nicht zu. Toll. Ey. Ach, come on. Kommt aber nicht. Ähm. Hm. Tut es sehr weh. Es wird aufhören. Ich heile dich. Ja, die haben gerade ja irgendeine Leiche entdeckt. Ja, okay. So, wir haben ein Problem. Wir müssen über die Brücke. Na, Moment. Moment, 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 Moment. Wir müssen... Wir müssen jetzt mal herkommen. Hey, das gibt's doch nicht. Wir müssen jetzt mal herkommen. Aber der da mitten, der ist ein Problem. Was ist los? Hey. Na, das ist jetzt mal weg. Das war einmal vergeudelt. Da kann ich sehr gut. Und stelle Hundemunition her. Wir haben gerade einen Erfolg gehalten. Wir sind jetzt Alchemist. Ah, das ist so... Es sind zu viele. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Die kann ich nicht übernehmen. Das ist schlecht. Weil ich hatte jetzt eigentlich geplant, dass man mit dem da die Fackel ausmachen. Und dann mit den Ratten... Ups. Den da drüben mal angreifen. Geht wohl nicht. So, Moment. Das war noch so ein schmutziger Trick. Es sind... Es sind zu viele. Nein. Ich nicht. Ja. Wieso geht das jetzt nicht? Das ist doch Schmutz. Oh. 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 Das ist schmutzig. Abschnitt. Ich kann ja nicht sagen, scheiß Level, aber dieser scheiß Abschnitt. Und die Ratten sind nicht mehr da. Wo sind die Ratten hin? Ach, come on. Oh, klar geht's eigentlich durch. So, weißt du was? Es ist, es ist, oh, 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 es ist, oh. Was? Nein. Abschnitt neu starten. Scheiße. Ja. Das war's für heute. Ganz ruhig, konzentriere dich. Du musst die Kontrolle über sie behalten. Ja, die mit Fackeln und Helm, das ist halt das Problem, ne? Hm, elender Rattner. So, jetzt necken wir noch den da weg. Ja, komm, beweg dich. He la cat, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind gerade wieder mit den Ratten unterwegs und versuchen uns hier irgendwie durch diesen Abschnitt zu mogeln. Weil, ich komm hier nicht durch. Ich bin zu blöd für sowas. Ich bin einfach zu blöd. So, wir parken euch mal hier. Ich würde so gerne richtig kämpfen können in dem Spiel, aber es geht einfach nicht. Und zum Daten einfach richtig aufs Maul hocken. So, können wir die da jetzt... Das würde gehen, ne? Das heißt, wir probieren sie noch mal. So, einmal das aus. Dann einmal die Ratten. Ah, geht doch. So, und hier bleiben wir einmal hier. Oh ne, jetzt gehen die, jetzt gehen die wieder auf. Scheiße. Jetzt kann ich die wieder nicht benutzen. Luca, einen wunderschönen guten Abend. Aber ich hab den da oben vergessen. Und ich hab keine Ratten mehr. Das ist da. Ah. Ja. Ja. Das ist das.